Warum bist du jetzt so? Oh, Eisen. So, mal gucken, ich finde ihn nicht. Meine Fresse. Oh ey, Party, Party. Ihr wollt meine Herzen, ihr Fritsches Auer. Diese Spröstränge hier auf dem Boden, das ist dann wieder neu wachsende Bäume, ne? Jo, die musst du pflanzen. Hm. So, hier wird es jetzt wieder leise. Ich finde ihn nicht. Ich habe eine Vermutung, wo er ist. Dann muss ich mich durchgraben. Okay. Erstmal gucke ich hier, ob hier ein Zombie-Spawner ist. Ich habe nämlich den Zitter. Boah, da muss Fenster ein, Mensch. Jetzt ist noch nichts da drin, oder? Noch nicht. Noch nicht. Wie war das nochmal, diesen Multiplikator einzusetzen? Das heißt, dass ich ewig diese drei, oder das, was ich craften will, einzeln in die Glöcke reinmachen muss. Ich habe die Glöcke. Komisch, ey, da kommen so viele... Oh Gott, ein Enderman, ich habe keinen Bock auf noch eine Begegnung. Oh ja, geil. Einfach mal so in die Lücke fallen, ich liebe es. Ach ja, mein Gameplay sagt gerade so extrem, ey. Ich sehe schon die Kommentare. Noob, noob, please. And in style. Das hört sich auch sehr geil. Mit dem anderen Teil hatten wir noch letztens zwei lol. Ha? Das mit dem anderen Teil hatten wir noch letztens zwei lol. Ja, ich weiß, ist böse. Ist böse, sagt man nicht. Hallo. Hey, du. Ja, ich gebe es jetzt auf, ehrlich. Ich habe mir den Schleim zu suchen. Ich höre ihn dann dauernd, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe auch keine Möglichkeit, wo der wirklich sein könnte. Also scheiß der Hund drauf. Machen wir später. Oh lol, das ist auch nochmal Höhle, Alter. Verdammt. Komm hier nicht weg. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal durch die andere Höhle, ey. Oder ich schwimme einfach den Lavawasserfall hoch. Ähm, ja. Ach man, ich finde ich hier nicht raus, ehrlich. Habt ihr hier einfach nach oben? Ja, haha, durch Steingraben. Du bist echt. Da habe ich Bock drauf, ehrlich. Dann komme ich irgendwo in Timbuktu raus und dann... Ja, okay, scheiß drauf. Lögt mir keine andere Alternative. Auch wenn meine arme Pickaxe da drunter leidet. Mittels und weg. Juhu, und beinahe von Gravel erschlagen worden. Ja. 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 Hier, hier erstmal alles. Ja, nice. What? Was ist los? Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ja, hoffen wir mal, dass er gleich wiederkommt. Dann muss ich mich hier echt rausgraben. Ah, so weit war das gar nicht entfernt. Ah, dahin ist er. Hallo. Hallo. 51 Eisen sind okay von so einer Expedition. Jetzt gehen wir in deine Hütte. Oh. Ich hasse dich. Ich dich auch. Hier wohnt der Milchmann. Da wohnt der Strohhüpfer. Und bei dir steht nichts, oder was? Nee, nö. RIP-Niveau. Ich hasse dich so extrem. Ich seani, Mann. Ich wäre Walter, нормer me. Jetzt verblicken wir in die Rätty. Äh, ich bin was immer wieder. Nein. Ich bin ein oder nur nur Jäbel. Ah, einer fehlt. Scheiße. Äh, Kairok, du hattest den weg, ne? Was hatte ich? Willst du, du Ninsa? Ich hab's nicht genommen. Ja, bestimmt. Ich find dein Skin eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich mal ehrlich bin, dass du dir einfach irgendeinen bei Google ausgesucht hast. Ja, aber ey. Aber der sieht epic aus irgendwie, der hat was. Definitiv. Mein Chaco lämt mich langsam auch an und als Chuck Norris kann ich mich auch nicht mehr sehen. Ich weiß, dass ich immer bin. Ja, aber irgendein bisschen. Flying Workbench. Nice. Du hast die Idee, ne? Genau. Aber ich mach, glaub ich, auch meine Hütte weiter, weil das zackt richtig. Wer hat denn das Grab wieder abgebaut? Ich? Das hab ich vorhin gesagt, Mann. Das waren meine neuen Eisenblöcke. Junge, das ist ganz... Boah, das grabt wieder auf. Warum? Ich lebe. Nein! Das baust du da jetzt sofort wieder hin. Ach, ja. Lass ihn mal reden. Der hört mich nicht. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Los! Ja. Ja, okay, mach ich später. Ja, geh in deine Hütte. Aber, sag mal, Russ, du hattest doch gesagt, also Schnee schmilzt nicht, definitiv, ne? Wo wir nochmal beim Thema wären. Ich glaube, ja. Nein, du kannst Schnee nicht mehr anziehen. Nein, das funktioniert nicht. Das ist schade. Warum sollte man Schnee auch anzünden können? Nein, du zündest jetzt keine Blöcke an. Du zündest doch nicht mal nach Hause an. Aber warum geht denn das nicht? Basti? Ich hatte nichts vor. Ich hab nichts gemacht. Leg das Feuerzeug weg. Ah, was? Ups. Wie er mit dem Schwert droht. Scheiße. Ach, Mann. Für die Zuschauer. Für die Fans, Junge. Mach das doch! Waaah! Du Mongo! Geh weg. Okay, okay. Versprochen, okay? Geh in dein eigenes Haus. Es tut mir leid. Geh weg. Es tut mir leid. Stopp. Werde ich jetzt vertrieben? Bleib stehen. Bleib stehen. Ach, der war ein bisschen jetzt so. Steh. Da, bleib stehen. Warum? Bleib stehen. Nicht begraben, bitte. Feindes. Fail! Was? Nein! What the fuck? Nein! Epyk. Ich lebe doch... Ich hab' doch... Nein, Fick nicht! Nein! Nein, ohne Scheiße. Ist der Telefon-Befehl? Nee, du musst... Achso, doch. Slash-TP. Nein, ohne Scheiße. Ich hatte zwar Zünder und Dings in der Hand, aber ich hab's nicht geschafft, dich anzuzünden. Das wollte ich nämlich eigentlich. Und dann hat der Zombie nicht gekillt. Tut mir echt sorry, Digger. Konnte ich nix machen. Das war aber deine eigene Schuld. Du wolltest mich kamikazen hier. Beeil dich mal, man. Deine XP-Kugeln fliegen zu mir. Ich hab schon ein paar eingesammelt, weil die zu mir kamen. Wie mach ich das? TP-Slash-TP-Grimfin, oder was? Nein, Slash-TP-WRAS-77 Enter Grimfin. Äh, der Taste Grimfin. Ah, okay. Weiß doch keiner. Ja, du musst erst deinen Namen und dann... Warte mal. Jetzt hast du mich... Nee, genau. Erst, genau. Ich stehe in dir drin und hüpfe rauf und runter. Okay. Nicht bei dir? Du müsstest eigentlich da sein. Also, du hast mir wahrscheinlich gerade einen World Hall oder so. Ja, aber ein richtig großes World Hall. Ah, jetzt bin ich wieder da. Achso, ja, genau. Ich sehe meine Sachen hier nicht liegen. Kannst du mir sagen? Ja, da, da, da. Hinter der Kohle. Genau, da runter gehen. Lauf einfach da runter. Spring den Stein jetzt hoch. Oder beziehungsweise lauf in die Richtung da. In die Richtung. Und nochmal runterspringen. Genau, nochmal hinter den Stein. An beiden Seiten von dem Stein gerade zu. Warte, hier. Pass auf. Der Stein hier. Nein, daneben. Warte, was tust du? Hast du das Feuer nicht gesehen? Wenn ich jetzt nochmal sterbe, hau ich dich um. Hast du ein Schweizer? Warte, warte. Wir können über alles reden. Ohne Scheiß. Ich hab das... Ohne Scheiß. Ich dachte, du siehst das. Warum bist du so? Ey, jetzt hör auf. Hör auf. Hör auf. Ohne Scheiß, bitte. Okay, jetzt spring nochmal auf die andere Seite von dem Stein. Ach nee, das hast du schon eingesetzt. Gut, jetzt hast du alles. Von welchem Stein? Nee, pass auf. Da oben. Genau, da liegen noch Sachen. Jetzt hast du alles. Mehr ist hier nicht. Okay. Wo ist meine XP? Ja. Das hatte ich versucht dir zu erklären. Ich stand hier und deine XP lag da, wo du stehst. Und die sind bis zu mir geflogen, Mann. Ich hab mich zum Schluss sogar noch hier eingegraben. Lol. Ja. Ich hasse dich. Ja, du hast mir meine letzten auch geklaut. Ich bin übrigens Level 10. Und du? Äh, null. Cool. Achso, da liegt noch Fleisch. Vor dem Enderman. Oh, super. Frag ihn doch nett, ob du's haben kannst. Hab ich's? Jo, das war's aber. Alter, deine Sachen sind bis da unten verstreut, Mann. Warte mal. Da unten liegen auch nochmal Sachen. Also da, wo ich runtergucke. Lot's mich. Gerade zu. Runter da. Runter da. Nehm dir erst einen Zombie. Hinter dir. Ah, der hat mich im Fokus. So, wo jetzt? Ja, das war's. Gut. Zumindest ich seh nichts mehr. Ich guck grad nochmal. Ich find das ja scheiße, dass du deine Sachen nicht siehst, wenn du tot bist, Mann. Wie ist denn das dann im Singleplayer? Also das hab ich jetzt gar nicht so weit ausgestellt. Im Singleplayer ist es nicht so. Also da siehst du's schon. Also es liegt vielleicht einfach gerade am Server oder so. Ja, bestimmt nicht. Guckt mal eure Verbindungen an. Seven kommt wohl nicht mehr wieder, wa? Sieht nicht so aus. Du hast meine Wackeln. Ja, das kann sein. Der hatte glaub ich noch 24 oder so. Ne, ich hab... Oh, guck. So. Ich hab... Ich meine nicht die, ich bin Basti. Achso. Leid, jetzt hat Kerox alle eingesammelt. Das ist so epic. Ich hab die alle... Oh, nein. Warte, warte, warte. Wollen wir mal pennen gehen? Das ist ne gute Idee. Ah, verdammt, wie kann man die denn nochmal wegschmeißen? Mit Kuh. Danke. Jo. So, legt euch mal alle ins Bett. Jo. Ach, da war ja auch was. Machen wir denn einen Aufnahme-Cut? Können wir machen, ja. Das wäre sehr cool. Alles klar. So, gute Nacht, Jungs. Nacht. Genau. Okay. Ciao.